Und da oben ist auch noch, wie kriege ich das jetzt da runter ohne Pfeil und Bogen? Eine gute Frage, warum habe ich das hier liegen lassen? Weiß ich nicht, so. Ist das jetzt auch runtergesprungen? Ach Gott. So, na toll. Ich schwimme mal hier einfach hoch, komm. Das ist glaube ich am einfachsten, wenn man da hochkommen will, so. Dann lasse ich das hier auch mal als Wasserfahrstuhl. Und guck mal, was hier oben ist. Ich hoffe auch nur eine Sackgasse. Ah, Spinne. Ja, noch auf mir hier. Ja, doch, ein Vogel, die Spinne. Ist bestimmt eine Vogelspinne. Ja, diese Witze eh. Äh, was ist das hier? Ach so, ah, okay. Au, scheiße. Ich muss mal wieder was futtern. Moment. So, jetzt haben wir auch nichts mehr zu futtern. Das ist ja ganz toll. Bitte lass das auch eine Sackgasse sein. Es ist eine Sackgasse und meine Fackeln sind alle. Machen wir mal so. Erstmal. So. Fackel. Okay, und dann nehmen wir einfach mal alles mit, komm. So. Seien wir mal nicht so geizig, nehmen wir das einfach alles mit. Und das wird schon irgendwie gehen hier. So. Alter, heute nur wieder in Höhlen. Äh, Moment. Halt, hier kann ich noch hoch. Hier war doch auch noch bestimmt noch irgendwo was. Noch eine Fledermaus. Ne, okay, hier war doch nichts. Alt, da oben geht es auch nochmal weiter. Moment. Äh, hübs. Aber hier ist hoffentlich auch nur eine Sackgasse. Okay. Gut. Da oben geht es nicht mehr weiter. Hier unten haben wir noch Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Die nehme ich mir auch nochmal mit. Dann ist nichts mehr. Gut. Dann habe ich hier oben auch alles abgefrühstückt. Warum auch immer man dieses Wort sagt. Und kann zurückgehen. Und die Monsterfalle weiter wollen. Oder erstmal nach Hause. und, ach, ich weiß nicht. Ich muss erst was zu essen holen. Scheiße, stimmt. Okay. Dann hole ich mir das hier nochmal. Und, äh, dann gehe ich aber zurück und hole mir noch was zu essen. So. Alter. Es hört gar nicht mehr auf hier. Dieses Kohle vorkommen. Das gibt es ja nicht. Ach Gott. Okay, noch mehr Kohle. Alter. Wie viel denn noch? Hilfe. Hört auch mal auf hier. Das hört echt nicht mehr auf. Das gibt es ja nicht. Alter. Ich muss erst mal eine Fackel setzen. Damit ihr das mal seht, wie viel Kohle. Das hört nicht mehr auf. Ah, 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 ah. Dieses, das. Jetzt diese Scheißteile hier. Jetzt habe ich ein Ei geworfen. Zwei sogar, glaube ich. Hm. Ich glaube, das könnte so langsam das Ende vom Polo vorkommen sein. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Äh, oder auch nicht. Und das noch mal Eisen. Ja, ich beschwere mich schon über Rohstoffe. Das geht ja nicht. Nee, also das ist ja natürlich toll. Hier. Dass hier so viele Rohstoffe sind. Aber jetzt ist aber mal langsam genug hier. So. Jetzt aber. Irgendwo muss ja auch mal Schluss sein. Alter. Hier ist es. Endet nicht mehr. Und ich höre einen Zombie. Ähm. Hups. So. Wenn da jetzt noch was ist, ist mir das gerade egal, oder? Nee. Das ist mir nicht egal. Von mich. Ja, da ist noch mehr. Natürlich ist da noch mehr. Und dahinter ist aber nichts mehr. Gut. Das habe ich gerade so schnell gesehen noch. Bevor es runtergefallen ist. Der Kies. So. Hier ist noch was. Und, äh. Ich glaube, ich kann bald. Da ist ja auch noch mal was. Ach du Kacke. Das endet gar nicht mehr. Das gibt's nicht. Na. Hier ist Schluss. Okay. Und. Da ist auch Schluss. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. So. Okay. Okay. Halt. Hier ist jetzt erstmal nichts mehr. Oder? Nee. Ich nehme mal den Wasserfasch. Nur nach unten wieder. So. Und dann muss ich hier nochmal hoch halt. Wie komme ich jetzt hier hoch? Ich weiß es nicht. Ich grabe mich einfach hier durch. So. Muss ja eh die Kohle abbauen. Das ist ja ganz praktisch. So. Und hier oben ist außer Lava. Die sollte ich vielleicht auch mal zumachen. Bevor die noch weiter fließt hier. Außer Lava ist hier glaube ich nicht viel. Und ein paar Rohstoffe natürlich. Aber. Ich hoffe, dass hier auch eine Sackgasse ist. Ah. Hier ist ja schon wieder ein neuer Höhlenkomplex. Oh Gott. Oh Gott. Alter. Und wie viel Kohle. Hier ist. Moment. Nein. Skelett. Nein. Stirb. Und. Noch mehr Skelette. Und. Ein Zombie mit Eisenrüstung. Oder was? Gibt's ja gar nicht. Stimmt. Der hat wirklich eine. Alter. Wie oft muss ich den hauen? Aber hier ist eine Sackgasse. Okay. Und manchmal ruckelt es trotzdem noch ein bisschen. Dann geht die Framerate einfach mal in den Keller. Ist so eine Keller-Framerate. Die geht immer gerne in den Keller. So wie so ein Kellerkind halt. So. Und die Höhle ist hier auch gleich Schluss. Wie wir sehen. Ah. Na toll. Lava. Okay. Abgesehen von der Lava ist da aber nichts Bedrohliches glaube ich. Machen wir mal hier den Pflasterstein und machen wir mal die Lava zukommen. Oh. Das ist der Bemuse. Das ist nicht gut. Den wollen wir eigentlich behalten. Ich nehme mal den normalen Pflasterstein. Den Koppel. Na. Halt. Ich kriege den hoffentlich. Ja. Den kriege ich. Gut. Den kriege ich nicht mehr. Ist ja auch wurscht. Der eine Bemuste. Kann mir auch gerade egal sein. Da geht es noch ein Stück weiter. Moment. Nicht viel weiter. Wie man sieht. Okay. Aber hier kann ich ja mal das... verarschen. Das gibt es ja gar nicht. Ey. Das ist doch... Inventar ist voll. Das Spiel will mich doch trollen hier. Das ist doch unglaublich. Ich dachte hier ist nichts mehr. Aber ne. Ne. Erstmal hier noch eine 10 Kilometer Riesenhöhle und sowas finden. Ja. Hier ist überall noch was. Da kommt das Gold nämlich noch mit. Und dann glaube ich gehe ich erstmal wieder zurück und hole was zu essen. So. Das Brot nehmen wir mal halt. Warum die Eier mit rumschleppen weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Wo ging es denn jetzt zurück? Hm. Schwierig. Wenn ich das jetzt wüsste. Das wäre ja auch toll. Ne. Hier nicht. Scheiße. Hör. Moment. Irgendwo müsste ja jetzt der Rückweg sein. Irgendwo hatte ich mich nach unten gegraben. Ich vermute dass das hier war. Ne. Warte. Hier. Ne. Hä? Ah hier. Moment. Hier. Okay. Kann ja wenn ich mich hier eh nach unten graben muss. Komm ich mach mal folgendes. Ich äh. Mach mal einen auf Hochstapler mit Erde. Das wird nicht reichen. Aber ist ja auch wurscht. Doch das rei... Das hätte ich jetzt nicht erwartet. So. Okay halt. Ich hoffe dass es jetzt nicht dunkel ist draußen. Ich muss mir sowieso irgendwie den Weg markieren. Wie mach ich denn das? Hm. Na zum Glück ist es nicht dunkel. So. Diese Höhle da unten. Boah. Nerv. Okay. Halt. Moment. Ich muss in diese Richtung hier. Okay. Ich glaube dass es einfach zu finden ist. Einfach zwischen diesen komischen... In die Luft tragenden Dingern hier. Halt. Was war das? Ein Schaf wahrscheinlich. Äh. Wo geht's jetzt zurück? Hallo. Nach Hause. Ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Ich guck mal hier. Ich glaube hier sind wir richtig. Moment. Alter. Dieses Ruckeln. Das ist doch nicht mehr normal. So. Ups. Ah. Da sind wir richtig. Okay. Ach. Das ist ja fast direkt hinterm Haus, ey. Naja. So direkt nur auch wieder nicht. Aber... Trotzdem. Warum ruckelt das jetzt so? Wollen wir mich doch jetzt veräppeln, oder? Ne. Ach scheiße. So. Ups. Alter. Minecraft. Beruhig dich mal hier, ja? Jetzt hier keine Simulation von irgendwelchen... Von der Entstehung des Universums oder sowas. Sondern einfach nur Minecraft. Alter. Jedes Mal wenn ich in diese Richtung gucke da. Das gibt's nicht. Da. Guck dir das an hier. 10 FPS. 9. Ich. Da. Guck nach oben. Da jetzt geht's wieder. 30. 60 FPS sogar. 30 Aufnahme-FPS sind das. Nur. Aber 60 FPS auf einmal wieder. Ich... Ich versteh das nicht. Ich begreife es einfach nicht. Tut mir leid. So. Hier ist noch Zucker. Moment. Ich muss erst mal... Bevor ich was zu essen mache, muss ich tatsächlich erst mal hier ein bisschen was ablegen. Weil das ist zu viel. Ich schleppe wieder tonnenweise Steine und Kohle und sowas mit mir rum. Das kann ich alles nicht tragen. Ähm... Ähm... Ach Steine waren hier genau. Kobbel, Kobbel, Bemuster, Kobbel, so. Heißt noch Pflasterstein. Muss ich noch ändern? Ne. Weiß ich nicht. Ähm. Gold, warte, was haben wir noch? Gold, warte, was haben wir noch? Ach, Kohle, die kommt hier auch noch mit rein. Und der Feuerstein kommt rein und Kohle, 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 Kohle. Und Eisen, Erz kommt da noch mit rein und Golderz kommt da noch mit rein und packen wir hier noch ein bisschen Kohle rein, weil das reicht nicht. Das sind nur 64 Steine und 62 Glas. So, die 64 Steine packen wir da mal rein. Ähm... Das Glowstone-Staub-Dings weiß ich nicht. Das packe ich auch mal da rein. Ne, das kommt glaube ich in die Neva-Kiste, ne? Ja, Lapis-Latzil kommt hier rein und äh... Wo die Eier hinkommen, weiß ich nur auch gerade nicht. So, ups. So, Moment. Glas. Äh, was ist falsch? Glas. Glowstone-Staub und äh... Ähm... Ja, hier, Knochen. Pfeile. Rottetes Fleisch. Faden. Und was noch? Ein Bogen. Der kommt, glaube ich... Der ist ja eh fast kaputt, mein Gott. Kannst du eigentlich mit dem anderen Bogen hier kombinieren. Mit dem hier. So. Dann kriegst du einen Bogen, der ein bisschen besser ist. Nicht ganz so kaputt. Äh, so. Die Angel kommt da auch mal mit rein. Die brauche ich auch nicht mehr. Die beiden Schwerter könnte ich auch mal kombinieren. Hört. So. Ah, das bringt's auch nicht. Ähm... Haben wir noch ein Schwert? Nee. Ich mach mal noch eins aus Eisen. Komm. Zwei hätte ich nur gebraucht. Ich bin wieder sehr schlau. Ähm... So. Ein... Schwertchen. X. Ach so. Redstone haben wir auch noch. Moment. Ich muss erst mal sortieren hier. Stöcke haben wir ja noch. Äh, ein paar Fackeln brauche ich. Nee. So. Und die Stöcke packe ich mal hier rein. Und ich muss mal meine Hand ausschütteln. Die ist gerade ein bisschen. So. Warte. Eisen kommt da noch mit rein. Und jetzt gehen wir noch mal rüber. Und packen mal hier den Kies rein. Oder Gravel. Ach, eine Schaufel wollte ich noch machen. Siehst du? Aber jetzt mach ich erstmal was zu essen. Warte mal. Und hier brauche ich erstmal noch ein paar Kürbisse. Eier, hab ich ja genug in der Hose noch. Zwei? Nee. Ich glaube 18 habe ich noch gerade. Das würde erstmal noch reichen. Und Kürbis haben wir auch gerade genug. Wie ich sehe. So. Hier sind ja auch noch welche. Ich muss auf dem anderen Feld mal richtig alles fertig wachsen lassen. Und ganzen Kürbisse da und so. Damit das hier endlich mal weg kann. Und auch die Schäfte muss ich da mal rüber bringen.